Hi an alle in Deutschland, ich wollte euch einmal Bescheid geben und zwar könnt ihr alle Spiele, die nicht auf Rai übertragen werden, auf LVF TV sehen. Ihr könnt mich anfeuern, ihr könnt auch andere Spiele sehen und ja, seid dabei. Ich freue mich auf euch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017